Was ist... Nicht reden! Es gibt kein Entkommen. Es hat alles keinen Zweck. Wo sind wir? Und warum wurden wir hierhergebracht? Diese Fragen sind jetzt nicht mehr wichtig. Wenn der Morgen kommt, wirst du kämpfen. Und dann wirst du nicht mehr sein. Was? Er hat Recht. Niemand kann im Palast der Schmerzen überleben. Los! Aus dem Showtime! Er hat schon Bewegung! Und nun ist es endlich soweit! Hier kommt der Herausforderer des Tages! Kampfgewicht 280 der Ziele! Pugel der Peiniger! Er trifft auf den zwölffachen Champion! Den Tycoon des Todes! Den Grafen der Grausamkeit! Den Meister des Gemetzels! Den Genius des Gnickbuchs! Gogo Goliath! Na, wie gefällt euch das, Leute? Da hat Gongo für seine Verhältnisse ganz schön lange gebraucht! Bringt den nächsten Herausforderer herein! Ich stelle euch den nächsten Herausforderer vor! Er wird nur... Du, das war's schon, Leute! Willkommen! Im Palast der Schmerzen! Willkommen! Schmerzen!